Ich war mal in der Schule, und da hat wir was getan, und dann hat er gesagt, wenn du trübeln bist, dann müssen wir alle leben unter dem Trübel. Das hat auch an mir gesagt, ich habe nicht den Fehler gemerkt, und ich soll nicht für das Straf leben. Und warum ich diese Geschichte verteile, ich wollte in den Bild von den Wiesen, und dann wird die noch vielleicht tätig sein, aber ich kriege alle ein Papier, müssen wir das mit dem Haus nehmen, und unsere Eltern nicht wissen, und so ein Wort, they weren't deciding. Ich war uns fragte die Jungs, und ich war so, ich kann das nicht tun, ich wollte nicht unter diesem Straf leben, es ist nicht meint, und ich wollte das Papier nicht in den Haus bringen. Ich wusste nicht, weil ich mich nicht trafde, und ich bin sehr eckig, und ich bin sehr eckig, und ich bin sehr doll. Wenn mich nicht getroffen hat, dann muss ich eigentlich gar nicht Angst, dass ich das Papier in den Haus bringen. Warum habe ich so Angst, dass ich das in den Haus bringen? Wie ich dachte, dass ich mich getroffen habe, oder was? Anyway, wir hatten einen fern Halt oben, ein Glück, noch ein bisschen besser als John, und das Papier, das ich dann aufbrenne. Wir haben ja alle nach wie so ein. Ich glaube, dass ich... Okay, ich wollte ein Bild lesen. Ich sollte ein Bild lesen, und ich wollte ein Bild auf dem Falsch lesen, von wann wir und ihren anderen Szenen in den Trübel kommen, wie wir noch nicht mit dir wollen. Als wir aus dem anderen werden gehört haben, dann wollen wir was von denen. Warum wollen wir nicht von den Szenen in den Trübeln zurück? Okay, ich wollte ein Falsch Bild lesen, weil das Leute dann wieder rauskommen. Okay, halten und denken, was ich sehe. Ich habe nicht gehört, dass die Lieder, die andere haben vertröbelt. Und ich bin in der Saal geclosed, ich bin in der... Ja, krassig rutsch, ich habe ein Bussig-Somten gemacht. Okay. Hier ist es wie in der Hochbein. Und wir sagen, dass die Älteren in der Hochbein sind, nicht an der Großbein, nicht an der Großbein, nicht an der Großbein. Okay, wir haben die Lieder, wie waren die Freude von Generational Curses. Okay, wir wollen nicht bis drei Gruppen, aber wenn wir wirklich hier ein bisschen Trübel haben, dann fällt uns mal fried zu werden von irgendwelchen Dingen. Okay. Da haben wir euch hier, da haben wir euch gelernt. What about, wir wollen uns so weit humbling und sagen, ich kann gesendlich, und ich will nicht bis hier sitzen bleiben, ich will sagen, ich kann gesendlich, dass mein Vater, ich will um Vergebung, ich kann gesendlich, dass meine Gruppen, schöne Ügriffe, steuern, und wir wollen ganz drei gehen, und wir wollen sagen, hier seid nicht mal diese Strecke, das ist ein Wutterpfädel, hier sind wir rein, oder ein Verband. Wenn wir hier sind, haben, dass mein Kind an die Ügriffe verschauten, auch gesendlich, und das Wutter, das Schild war hier. Und wir haben auch von dort gekriegt, na jo, wir wollen auch mein Kind selbst responsable sein, wir können nicht das nicht denken, das ist eine falsche Lieder. What about, wenn dein Kind, was das, und dann sagt sie zu Gott, sei, I'm sorry, sei, I'm sorry. Und das Kind, das, das nicht, was sagt sie dann? Oh, mir, da hat so leid, mein Kind, das soll beten, I'm sorry, für was mein Kind tut, und steuern, und für dein Kind, und fragst du an Vergebung, während du nichts mehr zu tun hast, wo das Kind tut, und an der anderen haben gesendlich, und wir wollen uns nicht responsable mehr für das, und nicht humblingen zu Gott sein, I'm sorry, dass wir gesendlich haben, nicht bis dort auch, aber wenn mein Jüngeris Papa was gehört zu tun hat, der Kredit war weg. Du teilt das dann. Wurden teilt das dann nicht, wenn wir in der Sinn leben, und in der Städte frei geworden wollen, und da muss drei gehen und sagen, weißt du was, Gott? I don't care. Ich kann vielleicht nicht euer Bruch begannen, ich kann nicht das tun, wo mein Großpapier hat, ich kann nicht gerne Dinge tun, die in der Früh verkehlt, wo immer. Aber ich komme, was eine Städte war, wo ich auch immer frei war in meinem Leben. Ich wird so mehr, ich sage Gott, I'm sorry, dass ich das getan habe, dass ich dort getan habe. Und ich nahe dort ab, wo ich weiß, von meiner Graufasch, ihr Graufasch, und ihr Graufasch. Worum? Because, die hat noch ein Denk geliebt, weil wir waren früher von generational Curses, und da wird auch renouncing. What if we were not more renouncing, von der Dreher und Vierer Glied, wo das Stronghold wirklich ist? Because again, wenn wir ihn sehen wollen, dann gehen wir wahrlich für das Dreher und sagen, hey, das wird meine Papa, das wird meine Großpappe dort. Und wenn wir uns in Trübel sind, wenn wir nicht vor den Verlust gekommen sind, dann steht das Betriegung und sagen, hier brechen wir das auf. Und ich weiß, das wird wirklich eine Zeit sein, wo wir selbstverständlich sind. Das wird jedem ein Apoort reichen. Aber wenn wir hier bei ihr frei leben, sage ich das einmal, dass wir im Wutterpödel, und wir müssen das einmal erinnern können, wie alle in dem Wutterpödel uns verschwindet haben. Wir sind nicht so sehr gedauert, und das geht bis an mich. Wenn ich in der Schule, wo ich eine Familie gestohlen habe, eine Familiegruppe der Jungs, und ich habe gesagt, ich weiß, was? Dort, was wir tun haben, wo wir die Tübe durchführen, das wird nicht mal passieren. Ich war noch wirklich mit für die Lieder, wo wir sind Freunde, wir stehen auf die Tübe. Glaubst du, ich werde Freunde mit den Jungs? Nicht nur vielleicht. Das kann ich auch immer selbst sein. Ich wollte nicht selbst sein. Und in unserer Familie, ich habe nicht einen großen Bruder, aber ich habe gesagt, dass ein großer Bruder auf der Gostig fährt, der andere Bruder hat nichts mehr zu tun, und der ist dort durchgeregt. Und jetzt sagt er, willst du noch länger mit meiner Familie trübel? Der steht kurz an, aus der Familie Gottes soll ich noch sehr viel in der Anstunde sagen, ich stelle an für dich, ich weiß nicht, wo ich mich da tät, aber wir sind ohne dort blöd, Jesus Christus, wir sind in den Salzgenpödelbären, wir haben uns alle verschwindet, ich bin auch wirklich mit dir geblieben, dort wie damals in der Rüde gekommen. Okay, nun möchte ich den Versch lesen. Dort ist in Nehemiah Oint Versch saß. Okay, wir sind noch mal erfahrt, ich glaube, ich war noch mal von den Versch lesen, aber Nehemiah Oint Versch saß. Okay, ich quote auf Englisch. Listen to my prayer. Look down and see my prayer night and day for you people Israel. I confess that we have sinned against you, yes, even my own family and I have sinned. We have sinned terribly by not obeying the commandments. this decrees in is it right? Decrees in regulations that you give us through your servant Moses. Ich glaube, in 7. Versch wieder Plotisch nach meiner Bären von dort dort wie hat. Und woran wir haben dort wie haben, ich frage Vergebung für uns, für wie Ola? Taub sehn. Und wenn wir Ola taub sehn. Und wenn wir nicht Ola taub sehn, aus dem Body of Christ, dann krieg wo wir immer waren, ich sehn, im Bus von uns Salz, im Nahrers nicht von uns taub. Was hat ich gesagt, was ich ich habe, habe, ich habe, ich habe, Aber ich sehe, wenn ich nicht komme aus der Europäischen Union schaue und ich war nicht länger an mir leid, das war an mir leid, und ich war nicht in Neuendal und ich fing das an beim Europäischen Union an, und ich sehe, wenn ich in der Europäischen Union bin und wir alle betroffen sind, ich bin frei von dem, wo ich alle beim Europäischen Union bin und in der Rüttflasche bin. So, du wirst, das ist ihr, so, it was not fun, dass du, du wirst ein Prediger sparen, du wirst ein Family-Members sparen, du wirst ein Freund werden von der Schule, von der Jungen, von der Salze, of course, ich kann mir Salze nicht vergeben, ich muss dort alle renouncing, und das Schwanzte von dort wird, ich die Dinge renouncing, wo ich Salze nicht mehr tun habe, aber warum ich das wüsste, dass ich das muss tun, weil warum ich das will. Ich bin in der Schule, und ich will nicht meinen Eltern das Papier wiesen, aber wenn ich ganz früh war, dann würde ich das wirklich geholfen haben. Wenn die etwas wollen, und ich sage, dass ich nichts mehr tun habe, warum ich das will, dann sind die Rüttflaschen in der Rüttflasche. So, ja, gleich dort, wo ich das sehe. Okay, thank you again. Okay. Okay.